gut also meine gruppe mir jetzt mal nach und dann werden wir das schon sehen gab es mir von mir sauchern oder okay alles klar gehen wir los dann rechtlich den turm zuerst dann mal los ja Also ich gehe immer rauskommend rechts, ne? Bin ich auch gelangen, ja. Ich find das viel lustig. Ich find das viel lustiger, wenn überall, wenn wir manchmal hinrennen, denn überall sind DSP Leute. Und du kannst das schwer machen. Was denn für ein dämlicher Wort ist? Toten steht einfach wieder auf? Hehehe. Ich hab schon mal gewonnen. Ja, ein Scheiß, ne? So ist es nur ein Kampf, das heißt, ja. Ich sag mal, das ist aber nur ein Kampf. Ja, aber Obo, Leute, wir müssen einen anderen Charakter, auf der... Siehst du, geht dann viel mal da noch befördern, ne? Bei der... Bei der... den Gonen-Seite. Kannst du jetzt auch noch was zum Käpt'n befehlen? Wenn du Dollarzolle haben darfst, gerne. Okay. Ah, da musst du mit denen dann mal, äh, online sein, weil ich weiß nicht, ob das so geht, oder ob das mal wieder bugt. Ist ja alles möglich. Bist du, bist du überhaupt, bist du überhaupt da, Schwarz? Ja, wieso? Ach, stimmt ja. Ja, ja, ja. Donnerstag ist doch nix. Was war am Donnerstag? Da war ich doch auch da, bevor ihr mich allein wieder fragt. Hehehe. Was? Was? Ja, du bist rausgegangen und Käpt'n ist auch so, und das hättest du schon bis später wieder rausgegangen. Ja, weil ich von Leichmann-Staffel muss ich, äh, wieder... Ja, das war der Abend, wo ich die absoluten Hass gekriegt hab. Da hab ich hier diese... Oh, du im Chat geschrieben hast, ahhh! Ja, ey, diese... Wie heißt dieses verkackte Krieg von Leiter? Äh, ich weiß, was du meinst. Das Ziel muss verkackte Krieg von Leiter. Wo du mit der Taki und dem anderen Schiff immer hin und her fliegen musst, ne? Warum machst du auch das? Ich hab mich bei allen angestellt und hab da dann automatisch die... Und da waren dann welche, ähm, die haben das nicht gecheckt, was man tun muss. Da war einer, und das haben immer zwei Leute haben dieses Ding gekriegt für den Cooldown. Der eine ist wie immer wie eine Hummel hin und her geflogen. Und der zweite, der hatte diesen Pizzaschneider, den den Hoshi auch hat. Gut, der hat gut keine Wendegeschwindigkeit, aber der stand die ganze Zeit über diesem Schiff, was schon fertig war. Und immer haben die zwei diese Punkte gekriegt. Ich hab ne Dreiviertelstunde in diesem verkackten T4E drin gehabt. Ich war so wütend, dass ich da noch auch gleich gegangen bin. Ich stell mich immer zur Hölle mit der Ära an und krieg auch immer schnell den Counter an. Ich auch. Und das kapieren alle und es geht auch schnell. Wir haben heute sieben Minuten gebraucht für das ganze Ding. Das war bestimmt so richtig angenehm wie, äh, in 5 Minuten gerade. Ja. Wahrscheinlich wäre das auch noch mal gegangen. Ja, aber weißt du, ich verstehe ja nicht, wo das Problem ist, ne? Wenn dir das angezeigt wird, du hast diesen Cooldown und dann hast du ein Pfeil, der dir zeigt, in welche Richtung du fliegen sollst. Und wenn du dann nicht, ne? Ich verstehe echt nicht, wo das Problem ist, so. Die Leute laufen sich nichts ab. Ich habe es dann im Chat geschrieben. Ja, das habe ich auch schon mal. Und da war ich so pisst, angepisst, ne? Dann habe ich geschrieben, es kann noch nicht so schwer sein. Und irgendwann kam dann, ah! Weil der sich auch nicht weg bewegt hat mit seinem Schiff. Ich kann ja verstehen, wenn er das nicht hinkriegt, weil das Schiff so unwendig ist, ne? Aber dann muss man noch wenigstens da wegfliegen. Also ich gehe dann mal um den, äh, im Uhrzeigersinn gehe ich weiter, ne? Zum nächsten Punkt. Äh, gegen den Uhrzeigersinn, nicht im Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn. Ja, ich würde sagen, wenn wir den Punkt hier haben, nehmen wir uns den, ja, den Dienpunkt vor. Die schweren... Wieso, kommen wir da jetzt nicht hin? Nicht so direkt mit uns aufzunehmen. Ja, dann nehmen wir natürlich erstmal den nächsten Punkt. Und dann Turm und dann rechts. Was ist Turm und dann rechts? Hier der eingenommene Turm und dann nach rechts. Ja, wenn man dann einfach nur runterlaufen muss, dann ja, dann ist das der schlaueste Weg. Sag mal, Reyes, was tippst du, wer gewinnt heute, also die zwei Spiele? Ja, das ist der dritte Mal diese Saison. Hey. Ich hoffe, die Patriots, aber... Das wird richtig schwere Spiele. Vorne ist auch Schweine kalt bei dem Dachalo. Richtig, aber... B-Jab wäre... B-Jab wäre... B-Jab wäre... Wäre das nicht sinnvoller gewesen, wir wären erstmal noch rumgelaufen. Oh, ich glaube, mit dem Overlord auch Querfield 1, egal. Ja, aber wenn du jetzt... Drei Felder zur Auswahl hast und du fängst in der Mitte an... Das Ding steht, also. Ist ja einfacher. Ist ja einfacher, man fängt oben an und läuft dann nach unten durch, so. Ist doch nur dein innerer Mund, der dann... Der dann unzufrieden ist. Guck mal, hier ist auch schön... Hier ist ja auch der Schwarzfall. Wie macht der Schwarzfall? Was macht der Schwarzfall? Arbeiten! 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 Hast du vorhin nicht gesagt, es sieht schön aus, wenn alle GFP da zusammen sind? Arbeiten! 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 So! Arbeiten! Ich hab 100 Wot getötet. Ich bin ein Dinojäger. Euch ist ein guter Tag noch Woteste. Ja. Aber so viel Spaß, wie oft bei den... ... den... Ja, bei den WotWor macht das hier nichts. Wenn sie die WotWor jagen, für Spaß macht, spiel doch mal die Mission auf Elite. Hab ich. Ne, ich mein der Mathe. Ich mein der Mathe. Was? Das macht Laune. Ja, also... Das willst du mir sagen? Das willst du mir sagen? Dass ich dann Lisi mäßig sterben soll? Ja, okay. Das wirst du automatisch. Ich hab den kompletten Deltastrang mit dir aus, ihr geht dir nicht hier. So. Inklusive Kobali-Akt 1, 2 und 3. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also was mir auch sehr viel Spaß machen würde, ist... ... wenn ich mal... ... die Terran und die Terran, oder... ... äh... ... 2D in 7. Das dauert. Du Lass. Ich denke immer so eher Richtung... Richtung Frühjahr. Guten Tag. ... ... ... ... ... ... ich möchte doch hinschießen Alter ist das schon viel rennt von deiner Nase gewesen alle mal aufhören zu feuern, Peter möchte auch was tun das sind nicht deine Fingernägel lakiert, das ist alles Ab nach unten, ne? Ja, warte mal kurz Wir sind in der Deissens Bodenkampfzone, weißt du wie du da hinkommst? Hat jemand Verstärkung hier gelassen? Ja, ich, aber nur eine Ich hab nämlich nichts Ich muss mir jetzt bei Arnold erstmal meine Tickets abholen Er hat einen Auftrag für so einen Tickets, ne? Ja Siehst du das? Wenn du das nicht weißt, dirigiere ich dich, deshalb frage ich Ich hab das nicht gemacht Das eine Gebiet ist ja noch komplett rot Hallo? Dich? Ja, wie heißt du denn eigentlich? Simon, gut Ja, Simon meint Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, wie du da hinkommst? Ja, genau Ja, genau Weil wir sind da auf der Bodenkampfzone Aber wie schon, du kannst auch zum Schiff zurückbeam und wieder runter, ne? Was ist denn das? Was ist denn auftreten? Ich bin mich lieber hoch und wieder zurück Das geht schneller, ne? Gut, dann, jetzt ist... Oh, Mann, los scheint, frauen Ja Und so wird mir das Ziel runter Was passt da bei deinem Brückenoffizieren? Ja Nicht gut erzogen Ja Stolz, weil dein so einer Schießkern selber gekommen ist Ja, schlecht wäre dann nicht die Beteuerung gesteckt, denn ich... Pumpengürtel Erhält, das tut nur einmal weh Und wenn du dann in der weißen sphäre spawns dann x gedrückt halten und dann shuttle zur bodenkampfzone nehmen Was ist das hier drin? Was ist das hier drin? Ach, schau Das ging ja schnell Ja Nee, wo ist bodenkampfzone? Shuttle zur bodenkampfzone Oder zur bodenkampfzone, oder wie geht da? Du hast vier Auswahlmöglichkeiten Und eine davon ist shuttle zur bodenzone, glaube ich Oder bodenkampfzone Das ist die einzige option mit dem shuttle Ja, genau Ja, genau Da bist du jetzt drin, oder? Ja Und ein bisschen Jetzt direkt noch da, wo du gespawnt bist Einfach zu den Portalen, wo du reinkommst Ja, wenn man direkt da, wo man reinkommt Und da zeigen sie dir vier an Ja Verkehrskontrolle kontaktieren Dann in die... Du warst bei der Flotte Ja 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 Dann in den Zehren rum der verpfündeten ich habe das ist ein Punkt, das ist ein Problem von mir spawned Irgendwann zeigt er dir oben da, links neben dieser Mini-Map zeigt er dir eine 4 an. Ja, Shuttle zum Boden. Shuttle zum Boden, genau. Da wo es rot ist? Also wir sind hier unten links, unten links. Okay, aber jetzt hier wurden zwei Bereiche zurück. Nein, nur weil das auch wahrlich ist. Ja, ich hab wirklich schon, ja. Sichern und halten, Soldat. Ja. Und? Ja, dann kannst du ja mal über den Kampf zu diesem Kommandozentrum gehen und Simon abholen. Dann könnt ihr zu zweit. Ja, alles dann. Und hol dir bei Arnold den Auftrag, ob das die Kommando gibt. Hahaha. Ich muss noch was gucken. Matthias, Matthias, wenn du schon dabei bist, dann tring eine Pizza mit. Ja. Dann wär ich dafür. Dann würd ich mal versuchen, das geht nicht. Pizza ist immer gut. Nee, nicht mehr für Matthias. Matthias hat doch heute wieder gegessen. Ja, aber das waren, äh, Wurten und Paprika und... Oh, alles fertig. Bist du Schwange? Nee, er muss abnehmen. Ich weiß. Ja. Ach, das ist ja... Das ist ja wohl besser als... Chips, Eis... Die Dinos sind da, ne? Ich seh den Simon. Schoki... Ja. Ich wär lieber für Schoki. Ja, aber damit nimmt man ja nicht ab. Im Portemonnaie vielleicht. Ja. 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 Was ist denn da schnell? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Schuhe, Junkie, ich hab noch Fragen, richtig, stark. Man spielt auch nicht mehr. Oh, mit Lava. Tschüss, Mathis, bis morgen. Ne, ich möchte jetzt nur du holen. Ja, danke. Ich komme jetzt noch mal rein. Man möchte jetzt eigentlich mal diese Mission von den Breen machen. Weiß ich nicht. Oh. Er ist auch gleich drüber. Ja. War zu langsam. Sag, du ist mir schwarzer. Hm? Sag, du ist mir schwarzer, man soll mitmachen. Morgen? Morgen Nachmittags ab 4 bis 14.30 Uhr, wenn das denn dann schlafen muss passen. Gut. Dann treffen wir uns jetzt alle im Kommando-Zentrum, ne? Ja. Ja, rüber ist es. Das wird die Reise über das. Ja. Ja, ja.